Dum 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 dum. Ja, hallo liebe Star Wars Freunde, ich bin Satanshi und ich glaube ihr könnt schon erraten, was ich heute in dem Livestream spielen werde. Und zwar werden wir ganz am Anfang, ja, so 18 Uhr, wenn es das losgeht, denn es geht 18 Uhr los, heute ist ein Livestream auf Twitch, bla bla bla, kennt ihr ja alle. Und, ähm, wir fangen an mit Binding of Isaac, mal so eine Runde durchzocken, so vielleicht eine Stunde geht das vielleicht. Und dann, wenn der Krimi wieder vom Essen wieder da ist, dann werden wir, ähm, ja, Star Wars Battlefront spielen, ist ja gerade nur Open Beta. Und, ähm, ich glaube, wer sich das jetzt noch nicht runtergeladen hat, äh, der lädt sich das eh nicht nochmal runter. Ähm, was gibt's noch, was gibt's noch? Ähm, dann würde ich gerne noch, wenn, wenn die, äh, Lisa auftaucht, ich weiß nicht, ob sie kommt oder nicht, ähm, würde ich vielleicht noch ein bisschen Smite spielen. Und ansonsten, ähm, das sind ja erstmal drei Spiele, ja, und ansonsten sehen wir weiter. Mal gucken, was, was noch so auf uns zukommt auf diesen Abend, okay? Gut, dann, 18 Uhr und denkt dran, es gibt Star Wars! War! War! War!